hallo und herzlich willkommen bei mommymade ich bin die sarah und hier auf dem mommymade youtube-kanal gibt es jede woche ein neues video aus den themenbereichen nähen und do it yourself wenn das etwas ist woran ihr grundsätzlich interesse habt freue ich mich wenn ihr hier unten den mommymade kanal abonniert damit erhöht ihr meine reichweite das unterstützt mich sehr herzlichen dank an der stelle wenn ihr das tut solltet ihr sicherstellen wollen dass ihr auch in zukunft nichts von meinen videos verpasst dann müsstet ihr zusätzlich neben dem subscribe button noch auf das kleine glöckchen klicken denn dann informiert euch youtube auch wenn ich etwas neues hochlade hier auf dem kanal ging es in jüngster vergangenheit vor allem um das thema overlock nähmaschinen und das nähen mit der overlock und in diesem zusammenhang zeige ich euch jetzt auch immer mal wieder was ihr mit einer solchen overlock maschine so alles anstellen könnt und heute schauen wir uns gemeinsam die flatlock naht an die hatte ich auf dem kanal schon mal gezeigt allerdings in einem video in dem es so gar nicht offensichtlich um das thema overlock ging weshalb das vielleicht an euch vorbeigegangen sein könnte das war das video zum thema covern ohne coverlock das verlinke ich euch noch einmal hier oben der vollständigkeit halber und damit das jetzt eben auch in der playlist der overlock bezogenen videos landet machen wir das ganze heute noch mal ein wenig ausführlicher eine flatlock naht könnt ihr mit jeder overlock maschine nähen also nicht nur mit solchen die eine zweifadenfunktion haben sie ist eine extrem dehnbare naht und eignet sich somit auch für extrem dehnbare stoffe wie man sie zum beispiel beim nähen von sport funktions kleidung benutzt besonderes magmal ist wie der name schon sagt dass sie besonders flach ist und damit ist sie vor allen dingen auch für dickes material geeignet namentlich zum beispiel so etwas wie fleece oder auch softshell bei dem ihr verhindern möchtet dass ihr durch das zusammennähen mehrerer lagen und das anschließende absteppen einer nahtzugabe eine riesige wulst bekommt bei sowas wie einer softshell jacke oder einer softshell hose oder auch irgendetwas aus fleece was ihr zum sport gerne tragen möchtet ist es unangenehm und dafür eignet sich dann die flatlock naht die flatlock naht hat wie jede naht auch eine naht rückseite und die kann man getrost auch als eigenen stich bezeichnen nämlich einen leiterstich wie sich das genau verhält zeige ich euch jetzt viel spaß die flatlock naht ist eine dreifaden naht oder wenn ihr eine zweifaden fähige maschine habt eine zweifaden naht in jedem falle wird sie mit nur einem nadelfaden genäht folglich auch nur mit einer nadel und deshalb baue ich als erstes die rechte meiner beiden overlock nadeln aus das nächste was ich dann tun muss ist mich um meine fadenspannung zu kümmern wie immer ist das mit den einstellungen sowohl fabrikats als auch natürlich stoff abhängig das heißt ihr müsst euch da auf ein paar teststücken erst mal ran tasten bevor ihr euch an euer nähwerk setzt bei meiner brother overlock ist die standard fadenspannung normalerweise eine 4 für die flatlock naht stelle ich das erste rädchen runter ich fange mal mit der zwei an das zweite rädchen können wir in ruhe lassen da ist ja keine nadel mehr drin der obere greifer ist bei mir in der regel irgendwo zwischen zwei und fünf also mehr oder weniger bei der standard fadeneinstellung gut aufgehoben bei einem dünnen stoff gehe ich mal auf eine 3 und der untere greifer und der ist ganz wichtig der muss ganz ganz weit hoch gestellt werden in der regel irgendetwas zwischen sechs und neun ich fange jetzt mal mit einer sieben an und taste mich da heran in meinem video zum thema covern ohne coverlock aus dem diese aufnahme hier stammt habe ich für die flatlock naht das messer weg geklappt dafür gibt es tatsächlich gar keinen überzeugenden grund warum man das tun sollte oder tun muss im gegenteil das messer sorgt dafür dass ihr eine saubere ordentliche kante habt hinterher die sich dann auch besser auseinander ziehen lässt wichtig wäre tatsächlich nur und das vor allen dingen wenn ihr einen motivstoff vernäht und es euch wichtig ist dass das motiv über die naht hinweg weiter läuft dass ihr mit dem messer beim nähen nicht allzu viel weg schneidet denn dann schneidet ihr was von eurem motiv weg für eine flatlock naht müssen die stoffstücke links auf links aneinander genäht werden die liegen hinterher richtig rum nebeneinander das heißt es ist besonders schön wenn ihr darauf achtet dass die muster auch aufeinander passen und dann legt ihr euch das links auf links aneinander und näht dann möglichst knappkantig an der außenkante entlang wundert euch bitte nicht wenn ihr schon beim nähen merkt dass die greifer fäden sich nicht wie sonst ordentlich um die stoffkante legen sondern da ordentlich viel platz drin ist wenn wir hier normal nähen würden würden wir sofort aufhören und alles verändern aber für die flatlock naht ist das richtig denn die ziehen wir hinterher auseinander so sieht das bei mir aus ich hätte hier durchaus noch knappkantiger nähen können dass die schlaufen der greifer fäden noch weiter rechts vom stoff liegen bei dünnem stoff ist das okay so wie das hier bei mir jetzt aussieht bei dickeren stoffen achtet bitte wirklich darauf dass ihr möglichst knappkantig näht damit da möglichst viel faden rechts von eurem stoff ist so und wenn wir das ganze jetzt auseinander ziehen sieht das auf der rückseite so aus wie ein grober leiter stich und auf der vorderseite habt ihr dann diese oben liegende naht die tatsächlich aussieht wie eine covernaht so hier oben hat sich mein stoff so ein bisschen verwurschtelt in der regel kann man das noch ein bisschen glätten auseinander ziehen bei den wahren stoffen wie gesagt probiert da zuerst an einem teststück herum gerade wenn ihr softshell nähen möchtet damit das hinterher ordentlich aussieht und dann ergibt das im resultat eine wunderbar flache naht eben auch bei so dicken materialien wie fließ oder softshell damit die naht dann an den nahtstellen eben keine dicke wulst bildet so ich habe jetzt hier noch mal garn in kontrastfarbe gewählt und für den obergreifer habe ich ein bauschgarn in farbverlauf genommen das sieht dann besonders hübsch aus und dann habe ich weil ich gern gewechselt habe noch mal ein paar mal experimentiert und bin dann fadens spannungstechnisch hier stehen geblieben also den nadelfaden habe ich jetzt zwischen zwei und drei den obergreifer nach wie vor auf einer vier und den untergreifer habe ich hierbei fast acht stehen wie gesagt unterschiedlich pro maschine und auch verwendetem garn und dann sieht das ganze so aus das messer habe ich diesmal nicht abgeschaltet dann sieht das hier erstmal so ein bisschen unrund aus aber wenn ich das dann aufziehe dann habe ich hier eine wunderschöne coverlock ähnliche covernaht wie gesagt man kann das immer noch ein bisschen optimieren mit den fadenspannungen da müsst ihr einfach ein bisschen auf reststücken rumspielen bevor ihr euch an euer kleidungsstück setzt und dann sieht das so aus wie gesagt sehr sehr hübsch wie vorhin schon mal angedeutet sieht die rückleite so aus und das meine lieben ist ein 1a leiterstich also wenn ihr die rückseite von eurer coverlock naht nehmt habt ihr einen leiterstich der auch ganz dekorativ aussieht vor allem aber eben dazu führt dass beide lagen sehr flach miteinander verbunden sind was eben bei sportkleidung ganz ganz toll ist bei softshell und dergleichen mehr und sehr elastischen stoffen wie ligra oder stretchigen textilien und was natürlich auch dazu führt dass ihr ein so genähtes kleidungsstück eben auch zum wenden nähen könnt also wenn ihr ein double face material habt das eine seite in einer einen und eine seite in einer anderen farbe habt dann könnt ihr das auf der einen seite mit einer solchen naht und auf der anderen mit einer solchen naht haben und eben auch ein wendetextil zum beispiel eine wendejacke oder eine wendehose so nähen so ich hoffe dieses kleine tutorial hilft euch weiter und ihr habt ein bisschen was mehr gelernt als ihr vorher wusste dazu was ihr alles mit eurer overlock machen könnt schreibt mir doch an der stelle sehr sehr gerne in die kommentare was ihr noch gerne lernen möchte beziehungsweise was ihr irgendwo gesehen oder gehört habt und was euch besonders daran interessieren würde was man mit der overlock machen kann und ihr gerne gezeigt bekommen würdet wenn euch dieses video gefallen hat lasst gerne hier unten einen daumen nach oben da abonniert auf jeden fall den mommymade kanal das hilft mir sehr weiter und wenn ihr nichts von meinen videos verpassen möchtet dann aktiviert auf jeden fall auch das kleine glöckchen daneben dann informiert euch youtube über neue videos hier auf dem kanal ich freue mich in jedem falle wenn ihr euch auf meiner kanalseite ein wenig umseht das ein oder andere video mal schaut das ihr noch nicht kennt und wenn ihr ansonsten hier wieder reinschaut und sage tschüss bis zum nächsten mal